Hallo liebe YouTuber, heute bin ich beim Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften bei der FU Berlin und möchte euch gerne zeigen, wie es hier aussieht, falls ihr BWL studieren wollt an der FU. Das ist die große Hörsaal. Und hier rechts und links sind die ganzen kleineren Hörsäle. Wir können ja mal den Gang weitergehen, wenn man hier runter geht im Übrigen, ist hier noch eine Cafeteria. Hier überall sind die Tutorials, rechts und links. Und da ganz hinten, wie gesagt, ganz ganz hinten, war wie gesagt der große Hörsaal. Hier rechts ist der Verordner, wenn man hier reinkommt, schräg rechts, ist gerade nicht besetzt, da vorne. Und wenn man hier raus geht und nach rechts, dann kommt man zur Kantine. Hier im Übrigen ist die Bibliothek. Hier findet ihr alles, wenn ihr eure Sachen eingeschlossen habt, alles Wissenswerte zum Thema BWL. Viel Spaß.